Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute gibt es ein kleines Review zum Slider von Pewefoto mit 80 cm. Gehen wir mit dem äußeren. Der Slider hat wie gesagt schon 80 cm, den Slider gibt es auch noch in der kürzeren Variante mit 60 cm oder in der ganz langen Variante mit 100 cm oder sogar 120 cm. Der Slider ist 4 cm breit mit den Standfüßen dann schon 22 cm. Mit seinen 2 kg ist der Slider zwar nicht ganz leicht, aber gehört trotzdem noch zu den leichteren Modellen. Dieser Slider ist aus Aluminium gefertigt und hält wirklich richtig schwere Kameras aus. An den Slider können auch noch Standfüße angeschraubt werden. Diese sind im Lieferumfang enthalten und können an die passenden Gewinde an die Enden des Sliders geschraubt werden. Der Slider hat zusätzlich noch viele Gewinde verbaut. Von 1 Viertel bis 3 Achtel ist wirklich alles dabei. Kommen wir nun zum Schlitten. Der Schlitten ist natürlich der wichtigste Teil des Sliders und sollte reibungslos funktionieren. Dieser Slider hat kugelgelagerte Rollen eingebaut, diese an den Schienen entlang gleiten. Zusätzlich kann man den Schlitten noch mit einem Rad festdrehen, welches das Verrutschen der Kamera verhindert. Am Schlitten ist noch eine Wasserwaage und ein 3 Achtel Zoll Gewinde. Ein Kugelkopf oder Videokopf sind natürlich leicht an das 3 Achtel Zoll Gewinde anzuschrauben. An der Unterseite befinden sich viele Gewinde. In der Mitte befindet sich ein 3 Achtel und 3 1 Viertel Zoll Gewinde, woran man ein Stativ schrauben kann. Wenn man aber schon mit schwereren Kameras arbeitet, empfiehlt sich natürlich immer die Variante links und rechts ein Stativ anzuschrauben. Dieses ist natürlich auch ermöglicht, da an beiden Seiten des Sliders auch ein 3 Achtel und ein 1 Viertel Zoll Gewinde angebracht sind. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020